Das ist King Anka, live aus Esslingen. 2009 die türkische Welle, wir ficken die Rap-Szene. Benno, ich komme aus Esslingen und rappe für Türkei. Mein Name ist Rizal, ich komme von Esslingen und rappe für mein Freund. Ich bin Zek aus Ludwigsburg und macht euch auf die türkische Welle gefasst. Ich bin euer Hambeats aus Ludwigsburg und macht euch auch auf die türkische Welle gefasst. Wir sind AK57 aus Ludwigsburg, Generation 3 ist live dabei. Cengiz 5 aus Ludwigsburg, ihr kennt mich, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Ich rappe für G3. Tura aka Tücheripzimgese aka MJTDrap, ich rappe für Mannheim, guckt euch an dieses Video. Pass auf, am 7.11. kommt das verfickte Video. Die türkische Welle, Maddafaka, Mannheims King, King Engin, AK, türkische Psycho, wir ficken euch, okay? Cook die den Sand, beach, cook die den Sand man. Cook die den Sand, die Sturz, kookst du? H gob chic, was ist das daμ? Türkiyä, Türkiyä, TÜRKIYä! Am 7.11. kommt die verfickte Türki sprach, will er okay? Uh red sohn!